so dass wir wieder das alles stoppt uns da ja wir haben es ja manche der Wort und um da jetzt haben wir wenigstens etwas Licht ich will gar nichts aber er hat feiert nachher sich hat er ist nämlich zwei gekauft wird also er gesagt eines also hier sieht man schon mal der Tori toll und die Flair ist weg hallo macht euch ich schlägt ein bisschen heute noch nicht hier sehr gut und pvp ist jetzt an aber das geschlagen habe ich Hör auf Ui Junge du hast dir selber in den Kopf geschossen habe ich nicht ich weiß das sieht nur so aus Split hier zwei Medikits naja warte du kriegst ja auch noch hier deine Shotgun-Share-Sim du erstmal dein Kram ok habe ich hier die Pillen habe ich gerade noch von meinem Kumpel bekommen von deinem Kumpel von Philippkiss achso hier warte ein Large Medikit kriegst du auch noch jo oh warte dann sortiere ich das hier mal erstmal so Ohr etc kommt da hin dann kommt Feuerholz da hin das tue ich mal da hin genauso wie das äh das kann ich nicht ich glaube ich mach mir nochmal ein Pfeil hier kommen die Essen hier kommt Essen, Bandagen etc die radioaktive Pillen das kann da bleiben hier was ist das kriegst du auch noch Pick-Ace brauche ich nicht ich weiß aber ich hatte zwei ey du hast lockt mach mal Code mach doch du bist jetzt mein Gefangene Junge mach hinne du bist doch so behindert Junge ich war ganz hinten ich sag dir doch vorher vor dem Let's Play zehnmal schlag mich nicht der schlägt mich das ist so typisch für dich jetzt nimm einfach einen scheiß Medikit es ist aber immer so man das fuckt überall das Passwort ist 3 4 2 1 juhu erstmal so tue ich so voll auf beleidigtes Kid 4 2 1 was 3 4 2 1 keine Ahnung vergessen kann sein bist du doof ja 3 4 2 1 so idiot Schott lasst doch die Tür aufhören Junge jetzt stecke ich in der Scheiß Tür fest macht die zu wichser ich logisch meinen Bärenherner ich würde es nicht machen aber egal ich mach die Tür nachher noch zu aus vorsehen aus Versehen ja ich kann dann aus Versehen ich erst mal aus was du so hast du noch ein Milliliter hast du auch Moni für die F4 Prozent ja und gibt mir die da hast du mehr Platz im Inventar nö junger oh jawoll ich hab ein Research Kit sieeeeeem hast du gib mir mal ein Close wofür ah ne geht eh nicht ich wollte mir deine Fackel machen kann ich aber eh nicht boah tschö 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 ja lass es sein tschö ja das machen wir wenn wir unser Haus haben so wie er hat man eine Sekunde ich noch mal mehr oder die Ränder quality etwas höher entleutig sein Schatz warte warte es lehrt es lehrt es lehrt ich werde immer noch immer noch stehende Bilder stehende Bilder ja niemand noch immer noch ein Prozent aber doch jetzt um warte mal sieht gar nicht so schlecht aus jetzt neunst und sie bleibt alles gleich hey Junge Junge Tja Junge mach die Schasttür zu es wird schon wieder hell Tja okay dann behalte ich mein Holz Tja Alta Tja Tja Schlaf ist wieder nicht statt Rheinert ich bin meine Hälfte ich muss gerade gleich mal den Ton von Spielhauer stellt noch was du da ich nehme eine erste hochspielten ich habe konnte jetzt gerade aus in der Dunkelheit nicht so leid liebe Freude wenn der Tod vielleicht etwas runter ist 15 Meter Fragments ich habe sechzehnte Tja Stolz und 3 9 mm und 5 9 mm eine Flair wird wieder wieder die 9 mm Juhu und zwei Garten und drei Medikl und ist dann noch ein Mediklitz 9 10 Schottkartschel es gibt die mir dann Tja und 8 dann vor der Zeit habe ich 28 er wolle das so war und ein Blut in der P2 50 Schmetsch Wolle Kürz Stadie Uwe P2 50 Wolle so muss es sein ich weiß Junge das ist meine Seite Kurschtig Boah die Wurzeln der Aktion Junge verpiss dich ich dass man auch die drei scheiß Papier drin Nimmer aus dem Schmeiß die Welt da ja auch hier hier kommt ja ich bin radioaktiv versäucht wo es ist irgendwie rart ist das hier irgendwie radioaktiver geworden oder was ist hier los radioaktiv Stein komm her ich will dir deine Pumpkanstelle jetzt geben warte wir haben ja schon wieder eine Menge gefunden k komm her hier bitteschön ich hab sie dir hingeschmissen ne Junge gib mir neun Millimeter Moni nö nö da halt nicht Junge ich seh das jetzt schon wie wir beide uns dann auszusehen töten ja dann komm her nö wichs geteilt jetzt habe ich keinen Bock mehr ja hier nö nö ich jetzt wieder mit jungen nö 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 es war und ich gucke mir jetzt noch mal an ok das war ein 20 stand oder der voll ich habe noch eine antiradiaktive Pelle die andere habe ich jetzt gerade genommen um jawohl im Übrigen sind wir die einzigen hier auf dem Server ja im Moment noch und wieder eine Flair jawohl für den Arsch ja und ich gehe jetzt holz hatten wir zwei Holzstümpfe entgeilt aber ich hoffe mal dass wir keine Bären oder so ja mh das war ja reicht interessant Junge wie der Bitch um flimmert wie ins Länder da was wir übrigens was ich möglicherweise auch irgendwann noch mal das Problem wäre letztlichsten länger als sie entplätschen es sei jetzt kalt dann wird es kein mehr interessiert die ob genau dann werde ich da sein jawohl so muss es sein ich weiß ja wohl ich hab schon wieder schön viel Holz da können wir schon wieder dritte in der übernächsten Folge oder so schon mal mit dem Hausbau anfangen m m wo sollen wir unser Haus hinbauen keine Ahnung bist du das dahinter nein das bist du nicht dahin zu doch als das gibt vielleicht mal ein auf dem Server bestätigt ja aber das war ja noch nicht mein Mensch das war ein Einhorn klar das ist ein Wildschwein guck mal ja naja jetzt sehe ich dich glaube ich ne das ist ein Stein ey wo bist du ich bin links wenn du aus der Stadt rauskommst links scheiß ich hab mir außersehen MediCat reingeknippelt siehst du diesen Bären ich sehe keinen Bären ja dann bist du nicht links ich hab grad ein Schwein ich sehe viele Bären aber vielleicht nicht den den du willst wuuu mein Schwein ich ja wohl ich hab gute Sachen bekommen was denn ich hab noch ein bisschen Klo und Scherad ich hab vier Euro chicken breast sieben animal fat ein Klo ja wohl da sind Steine komm her ja ja Junge spiel mal ernster ich mach ja grade das sind drei Bären toll ich weiß du musst das interessiert mich aber nicht wirklich Paul den kann man schnell flüchten ja ja du musst dich anschleichen Junge anschleichen ich hab' ich hab' ich hab' hp abkacke kann alles passieren kann alles passieren ich hab' Mönchen getötet komm her komm her ja komm ja komm ich hab' du bist viel je hopo hoch weiter die Bären steht genauer holzscheitel herum hier mal sehen ich habe um ihn nur 100 97 er ist die Köln holzer alter ich mach grad was volles kann das hier was denn Ich schleiche mich da an die drei Meeren ran. Tja, also ich nehme mir ein paar Steine, die ihr legen. Da hinten ist noch ein Holzhaufen. Ich kann nicht Glocken. Da könnte ich mich nicht mal davon pissen. Ich habe das Reh nämlich genau vor denen erlegt. Verdammt. Sehe die eine, wenn man sich anschleicht. Äh, nicht so schnell, nein. Hängt davon ab, wie nah du dich dran schlechst. Ich muss eigentlich fast genau neben die. Keine Ahnung. Probier mal aus. Lenk mal einen ab. Junge, ich bin noch nicht mal in deiner Nähe. Ich könnte natürlich wegrennen. Ich bin da näher der Straße, wo unser Haus war. Und schnappe wieder Holz. Okay, dann rennt man hinterher. Okay, dann rennt man weg. Ich renne Richtung Stadt. Jo, mir liegen noch zwei Holzhaufen. Ich versuche in dem Bootstil dazu rennen, weil sich das irgendwie hinfällt. Junge, wie viele Holzhaufen liegen hier bitte schön. Vier Holzhaufen. Junge. Oho, wir rennen alle drei hinterher in einer Fregade, ey. Drei Bären. Drei Bären. Ja, guck doch, ich laufe jetzt gerade Richtung Woodshelter. Ja, ich bin aber nicht beim Woodshelter. Alter, ich hab Schiss, dass die da reinkommen, meinst du? Nein, du musst nur die Tür zu machen. Okay, ich riskier's. Aber das musst du schnell machen. Sonst verkackst du. Okay, ob die Bären mich kriegen, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.